Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Tropico 5 mit dem AS Reiter. Recht herzlich willkommen. Ich begrüße auch den Balthasar N. und seine Zuschauer genauso wie meine. So, dann wollen wir mal loslegen. So, ich würde mal sagen, wir drücken auf Start. Ja, die letzten zwei Folgen, beziehungsweise die ersten zwei Folgen, die waren eher so zur Einstimmung gedacht, nachdem wir so kläglich was gesagt haben. Ja. Ich hoffe, wir machen es diesmal besser. Jo. Jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen bauen, damit es wieder vorangeht. Okay, diesmal müssen wir mehr aufpassen, was war das nochmal? Ein Mandat. Ja, das kam recht schnell. Also, genau, das Mandat, das hat ja bei dir viele Probleme gesorgt. Genau. Aber ich hatte ja dann ziemlich, also kurz bevor das mit deinem Mandat passiert ist, hatte ich ja Probleme mit den Piraten. Ja. Ja, aber hier bin ich ja nicht mehr losgeworden. Genau. So. So. Jetzt brauchen wir noch ein paar Hütten. Da ist auch noch so ein Ding. Ich habe heute einen guten Handel für Sie. Als Vertreter der Krone kann ich Ihnen Ihre eigene Handelslizenz anbieten. Hm. Handelslizenz. Sagt dir das was? Ähm, ich habe da ein Silberpaket genommen, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das hat irgendwas damit zu tun, aber, also ganz dunkel, weil ich habe das ja über ein Jahr gemacht, habe ich es ja die Kampagne durchgespielt. Das hat irgendwas damit zu tun, wie viele Experte du machen kannst, beziehungsweise gibt es ja nochmal solche Handelsabkommen. Das ist, wenn du auf, unten bei den Briefmarken siehst doch das, ähm, Schiffs, äh, das Steuerrad. Ja. Und da ist Handel und da kannst du nochmal zusätzlichen Handel anheuern. Und je nachdem, was du für ein Paket hast, kannst du mehr als ein Handel machen oder so. Ich glaube, ich habe sie nur genommen, weil ich habe nämlich nur ein Schiff durchschütteln, beziehungsweise mit Handeln. Das ist halt vor allem interessant, wenn du mal eine gewisse Anzahl an Rohstoffen hast und willst dann mehr Geld verdienen. Komm, nehmen wir. So. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs zu überreichen. Ich werde dann mal das Mandat als erstes verlängern. Ja, ich bin geldmäßig schon wieder ziemlich blank. Ja. Da ist mir jetzt gerade drauf geachtet. Tja. Man soll gleich immer alles so bauen, 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 aber im Endeffekt hat man kein Geld, ne? Ja. Das ist ja mir heute bei City Skylines auch passiert. Ich habe mal jetzt den neuen Ding ausprobiert. Das Update. Okay. Da habe ich am Anfang gar nicht aufs Geld geachtet. Aha. So. Oh, jetzt bin ich schon in den Miesen. Super. Ich bin auch dick in den Miesen. Ich hoffe jetzt, dass er endlich mal das Schiff anlegt. Oh, jetzt konnte ich den blöden... Transportbüro nicht am Straßennetz? Was soll das denn? Wo ist denn hier, bitteschön? Transportbüro nicht am Straßennetz. Super. Ah, dann war das Ding zu drehen wahrscheinlich. Ah, habe ich nicht gesehen. Das heißt, ich muss ohne... Das ist doch zu Beginn schon, oder? Wahrscheinlich von dieser Plantage nicht das Transportbüro am Straßennetz. Genau so ist es. Ich sehe den Pfeil auch kaum, weil der hinterm Busch war. Toll. Das war ja wieder so richtig nett. So. Jetzt geht es aber voran, ne? Okay, aber wir hoffen, dass wir irgendwann dann auch Richtung finanziellen Möglichkeiten weiterkommen. Aber ich glaube, man kriegt sowieso von der Krone gleich nochmal irgendwie Geld, oder wie war das? Ja, wenn das Schiff da ist. Ja. Ja. Dann bin ich hier am Arbeiten, das ist doch auch schön. So. So, ich habe jetzt diesmal auch einen richtigen Familien-Dynastie mir heute zusammen gebastelt. Okay. Da kommt das erste Schiff. Ich hoffe, da gibt es jetzt auch ein bisschen Geld. Ist bei dir auch eins? Ja, bei mir ist auch eins. Kommt die da wahrscheinlich zeitgleich oder sowas damit, dass in der Hinsicht gerecht ist zuerst. Denke ich auch. Aber das hat nicht viel gebracht. Das waren gerade mal ein Tausender oder so. Aber ich bin erst in den schwarzen Zahlen gerade ein paar Sekunden gewesen. Nee, ich bin noch schön fett in den Wiesen, deswegen muss ich jetzt Obacht geben. Ich darf nicht schon wieder hier wild bauen. Gut. Ich bräuchte mal so einen kleinen warmen Geldregen. Ah, die Krone überweist mir 5.900, sehr gut. Na, da ist aber was, Paul. Ich habe die noch nicht gekriegt. Die kriegst du wahrscheinlich ja gleich. Ja. Irgendwie muss ich das mit diesen Ansichten noch ändern. Mann, das sieht ja voll doof aus. Irgendwie geht das gar nicht. Ach, die Straßen sind so wie bei, sag schon, City Skyline. Am Ende verlängern die sich auch. Oh, ich habe 2.426, ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Bei mir kam keine Nachricht, dass ich das von der Krone gekriegt habe. Oder war die aus Versehen da und ich habe es nicht mitgekriegt? Die Krone, die hat ja 5.000 gegeben wahrscheinlich. Also zumindest war es bei mir so 5.000 irgendwas. Poppt doch ein Fenster eigentlich auf, oder? Ja, links oben normalerweise kriegst du einen Hinweis. Vielleicht habe ich das auch nicht gesehen. Konnte ich sehen. So. Ne. Unterhosen, Unterhosen, Unterhosen. Was haben wir noch für einen Auftrag? Das zügelose Liebesleben in ihrer Familie. Ah, wieder wilden Sex getrieben. Ach so. Unerwartete Schwangerschaft. Ach so. Ne. Hä, das habe ich nichts mit zu tun. Jetzt kommen bestimmt dann irgendwann die Piraten oder sowas. Ich brauche die im Moment noch nicht die Piraten. Kann ich gern drauf verzichten. Na, ob das alles gut hier ist. So, 20 Einwanderer sind schon mal da. Wie sieht es hier aus? Nicht so gut. Naja. Wo bauen wir da noch mehr von händen? Gute Frage, ne. Ich habe so wenig Waren, die ich exportiert. Es gibt doch nicht was bei Waren denen da. So, jetzt ist nur die Frage, wie drehe ich dieses Haus nochmal, weißt du? Ähm, warte mal. War das E? Nein. Tasten habe ich nicht so. Ah, das war Dingens. Ah, das war Mausrad drehen, war das. Mausrad drehen, ist es. Wo ist jetzt der Pfeil geblieben? Da, das geht. Oh Gott. Und da ist noch ein Schiff. 19 Bürger kamen an. Ja, sieht doch schon ganz gut aus. Ja, ich bin dick in den Miesen, ey. Wenn es weiterhin so toll läuft von mir, dann bin ich diesmal pleite. Ja, dann steht es 1-1. Ja. Erst reinzoomen, dann kann ich erst das Haus bauen. Das ist auch doof gelöst mit dem Mausrad. Willst du reinzoomen und du bist schon in dem Baumenü, dann geht das nicht mehr. Ja. Na, ob das gut nachher aussieht, weiß ich auch noch nicht. Wir werden es sehen. Ja, bleibt ein Schiff. War eben gerade eins da bei mir. Fährt gerade weg. Kommt jetzt bestimmt gleich bei dir an, weil es bei mir zuerst war. Ich sehe gerade, ich habe so ein Vulkan neben mir. Das finde ich ja nicht gerade gut. Okay. Aber du hast auch einen, habe ich gerade gesehen. Ich weiß jetzt nicht genau wo, aber das kümmere ich mich dann später darum, wenn es brennt. Der ist in der Nähe von deinem Palast, so wie bei mir. Echt? Ja. Jetzt kriege ich hier das Ende der Straße nicht angeklickt, oder was? Kann man das Holz hier eigentlich wegroden, die Bäume? Ich sehe manchmal gar nichts. Ähm, du musst halt solche Holzfäller nachher hinstellen. Okay. Die holt ja doch alles weg, glaube ich, mit der Zeit. Holzfäller, Holzfäller, da. In Rohstoffen. Da ist der Pfeil. Da hin. Konnten wir noch mal sehen. Die Ausbildung der Leute. Konnten wir das nicht. Ja, ich glaube, wenn du drauf gehst, in den, in den, entweder selber anklicken, einen von diesen Typen, oder wenn du in den Gebäuden bist, glaube ich, da meine ich, oder? Vertuhe ich mich da jetzt? Hm. 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 Ja, ich habe keine Kohle, ey. Das gibt's nicht. Ja, okay. Ich bin jetzt auch gerade wieder in einem Miesen, so ist nicht. So, die Krone hat mir wieder was überwiesen. Komm, lass es sein mit dem. Den baue ich nicht. Jetzt bin ich auch im Plus. Ja, da, 5-7, ne? Habe ich gekriegt. Du auch? Ähm, 6-2. Okay. Du armer Kerl, musst mehr haben, oder was? Ich weiß nicht, da war es richtig, das richtig. Ach, da muss ich glaube, erst eine Straße hin und dann kann man das bauen. Das ist auch so doof gemacht, ne? Dass man das nicht später dann anschließen kann. Manche Gebäude sind so, ne? Ich weiß nicht. Fischerei ist das. Ich habe das gebaut und jetzt habe ich eine Straße hingebaut. Das geht. Aber mir ging's... Hm. Dann geht's doch nicht. Warte mal. Ich muss jetzt, glaube ich, erst... Ich muss erst das Ding ins machen. Wie heißt es? Man muss erst eine Straße haben, glaube ich. Dann will er das da erst dran basteln. Sonst ist es die ganze Zeit rot gewesen bei mir. Obwohl, nee, doch nicht. Hat wohl mit dem Wasser zu tun oder sowas. Okay. Küste zu steil oder sowas. Das könnte natürlich auch noch sein, ne? Hm. Da geht er. Interessant. Der Verstet hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Kühn. Schön. Ich habe Erfolge. Ich habe ein Anerkennungsschreiben. Du auch? Nee. Ja. Ich soll schon wieder hier kräftig rumbauen. Eine Kneipe soll ich denen bauen, ey. Nichts geschafft, aber schon saufen. Ja, lesen wollen sie auch, sowas. Ja, den habe ich schon. Ist das Luxusunterhalt oder finde ich die blöde Bibliothek? Bei Bildung ist die Bibliothek, wenn du sie suchst. Forschung und Ausbildung. Das mit dem... Ah, da, ja. Das dritte von rechts. So. Mit dem komischen Magisterhut. Wo ist der Pfeil? Hat der keinen? Der hat keinen, ne? Ich glaube, die kannst du hinbauen, wie du willst, ne? Ja, das kannst du hinbauen, wenn du lustig bist. Also, das habe ich vorhin genauso gemacht. Gut. Okay. Ja. Sieht eigentlich ganz recht nett aus. Geld ist immer ein Problem, in Anführungsstrichen, aber ich glaube, das kriegt man auch einen Griff. Schauen wir mal. Jetzt habe ich überhaupt noch nicht gesehen, ob die Maisplantage überhaupt funktioniert. Beschreibung, ne, Statistiken will ich haben. Effizienz. Plus 40 die Lage. Effizienz 140. Ist das gut oder schlecht? Also, ich habe auch bei der Mais, oder was das ist, habe ich auch 44 für die Lage plus. Effizienz 144. Frag mich mal was. Ich glaube, Effizienz 100 ist normal. Ist normal, okay. Dann heißt es, es ist wohl prima. Ah, jetzt wächst da auch was. Gut. Die Häuser sind hier ein bisschen blöd aneinander gebaut. Das ist wohl, ich weiß nicht, ob das durch die Linux-Version hier so ist, oder die, wie heißt das, Landvilla oder was sind das für Dinge, Landhaus. Die sind bei mir doof aneinander gebaut. Naja. Nimm ich Geld oder nimm ich Revolutionäre? Ich glaube, ich nehme lieber Geld. Kann ich die Karte drehen? Nein, ne? Doch. Muss man doch können. Wie kann man die Karte drehen? Gute Frage, ne? Shit. Du bist, ey. Ich will doch nur die Karte drehen. Wie ich das endlich von der anderen Seite sehen kann, indem die Bäume nicht im Weg sind. Wenn ich, also die Karte kann ich bei mir drehen, wenn ich ins Mausrad reindrücke und dann... Ah ja, okay, genau. Das ist bei mir auch so. Schön, dass wir noch so viel klären können, während des Spiels. Ich bin die ganze Zeit in den Miesen. Tja, das ist wohl irgendwie so... Ich weiß auch nicht, wie viele Häuser man da jetzt bauen muss oder so. Ähm, ja, am besten ist es immer so, dass du halt guckst, dass da keine Wellblechhütten noch stehen. Und die Häuser, also die Wellblechhütten, die werden halt immer dann gerne gebaut, entweder, dass es keine Unterkünfte gibt oder die Unterkünfte sind zu weit von den Arbeitsplätzen entfernt. Ja. Das Problem ist aber, bei manchen Sachen kannst du auch nicht mit deinen Hütten direkt an die Arbeitsplätze ran, weil die vielleicht Lärm verursachen und das wollen die dann auch wieder nicht. Ja. Das ist ein recht unzufriedenes Völkchen. Obwohl sie ihre Sonne satt haben. So. Forschung, kommt das durch die Bibliothek oder wie ist das? Ja, ich glaub schon. Äh, ich hab einen neuen Erben. Bergbaugewinn, Bergbauölverkommen, erschöpfen sich um 10% lang, nehme ich das. Oh, jetzt schaltet er da in so ein komisches Menü. Mhm. Da kann ich mir, ne, ich hab einen neuen Erben bekommen, da ist er da in dieses Auswahlbildschirm, wo man sich den zusammenbasteln kann. Mhm. Ich bin da reingekommen in den Charakterbastel, denkst du, bummst du. Wow, das Geld fließt ja. Plus drei, plus drei zum ersten Mal. Aber nur ganz kurz, jetzt bin ich mir überwiesen. Echt? Ja. Boah. Habst du schon irgendwelche Kredite zurückbezahlt, oder was? Ja, ich war jetzt mit 6.000, hatte mir die Krone überwiesen und ich hatte 3.800 Export von Lebensmitteln und so Zeug. Ah, die Bibliothek ist für die Forschung wichtig, alles klar. Okay. So, was würde ich sagen? Ja, genau das ist es. Weißt du, was ich sagen will? Dass wir die Runde beenden. Die Runde beenden, genau. Es ist nämlich schon wieder Zeit. Das macht so viel Spaß, dass man gar nicht merkt, wie schnell das voranläuft. Ja, okay, dann danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Teil. Jo, bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.